Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2. Also sind 1,2,3,4,5 Eingänge immer Minusen. Da fangen wir da mit den ersten an oder? Ja, Nummer 5. Ich hab nicht gedacht, dass die 5 Dungeons machen. Beziehungsweise sieben. Ich hab ihn ein bisschen im Gurt versteckt. Ja. Oh ja. Ich kann auch aufhauen, wenn du so prüft. Wenn du so prüft geht, müsst ihr auch aufhauen. Hast du den Johnny Cards wieder gemacht? Habe ich wieder, ja. Selten angeheuert. Ich weiß nicht, ob du jetzt mitneinst, oder? Na ja, super, danke. Wie gut ist denn das? Yo, was? War es meine Söldner oder was? Ja. Ganz und beide. Schon wieder Boss raus. Aber die Kisten immer weglaufen, oder? Mhm. Dass wir die Kisten sowieso luken können, bevor wir als Kind sehen. Oh, jeder. Da. Rutsch los. Rutsch los. Rutsch los. Rutsch los. Rutsch los. Rutsch los. Ist das schon Kiel? Boah. Der Kieferknochenhut, der ist halt für Baba. Va. Ei, rein. Die müssen wir anschauen. Na ja. Würde nur Heiltrinken nehmen und dann. Das war der Raum? Oh, nice. Die Rekmesse morfetig. So, there's someone here, I see. Die Rekmesse morfetig. 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 Ich hab's aber... Yay! So, der Raum ist fertig. Ach, nur noch angang. Also ganz andere Game-Mechanik, du hast so viele Sachen im normalen Fiesta, die du gewöhnt hast, und so viele leichte Sachen, teilweise gibt es da auch nicht. Zum Beispiel, das Reitier halt nicht mehr. Das ist echt zu oft, eigentlich zu oft. Eigentlich hat es die Gedanken dieses Pilzhauses zerstört. Ja, eh, voll. Das Pilzhaus war ja so ein Punkt, der sehr viel nach Saldibe-Fülle auslöst und sehr, sehr viel nach Saldibe-Fülle. Zum Beispiel, was er erhöht hat, sind die ganzen Stacks. Du kannst jetzt die Sachen besser stacken. Das ist halt schon geil. Das ist bugged. Ich werde ein Level-Up wollen. Gut. schluss stufe 24 stufe 23 so ich habe die fähigkeit als bekehrung bekehrt gegner so dass sie gegen andere bösen dämonen besten kämpfen richtig cool ich weiß nicht ob es noch raus geht aber ich habe mal angefangen du habe es gilt die dann schon wieder fertig also jetzt sind die letzte film die siemte jawohl wenn es da nicht drin ist dann habe ich falsch gemacht jetzt einfach spür auf sturz alles neu generiert genau ja wohnst du schon mal genug wieder überall den unterten erwecken der ecke machen wir heute wieder Nudeln und Zucchini, Gemüse, Wok Das war mega Bombe letztens, einfach so, alles was wir da gehabt haben in den Topf reingekappt an Gemüse ein ihr habt einen Buff, ihr habt einen Buff mir das ist, das Guder noch gut ist was Oh Ja, auf noch immer die zweite Mission noch nicht kam quasi Jo Das sind die selten, die sind einfach broken Oh, geil Die Wormschatten, verstehe ich, ist normal wie ich Mhm, ich mach nur die großen und die selten und clean nehmen alles Ja, die clean, die ganz die klaren Yep Da Ja 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 Das ist nicht, dass ich mich verabschiede, oder? Das ist nicht Ich habe den linken, der jetzt meine Hände zu erweitert Ich habe den Ball mit dem Blöden Ich habe den Ball mit den Blöden Ja Oh, wir haben es nicht mehr Worte. Worte, wir haben es nicht mehr. Wir haben es auch nicht mehr. Wir sollten auch beide spielen. Oh, wir haben eine neue Nymfee. Ich kann dich noch mehr sagen. Nice. So. Jetzt haben wir schon ein Stück weiter, oder? Noch immer nicht der richtige Raum, oder? Na? Ich habe schon mehr Level-ups geshofft, oder? Weil, so tun sie eigentlich nur die letzten Map durchführt. Mhm. Weil es noch nicht aussehen, Dungeons. Ich habe 4 in Full-Hour-Build. Das ist auch 9, guys. Ich habe noch mal hier. Ich habe noch mal so viel, ja. Ich habe noch mal einen Woha Ich glaube meine Häme haben da jetzt gerade alle umgebaut. Dafür stimmt er das halt nicht mehr fast. Okay. Okay. Müssen aber nicht an unseren Raum buchen. Dann auch noch einmal mehr machen. Fertig. Das war dann X. Sackgasse. Ja, moin. Danke fürs Zuschauen. Falls euch dir aber 2 gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Servus.